Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario World 1. Diesmal aber im Welt 2. Uh, ich mag die Welt nicht. Ich mach mal schnell den Speicherstand. Gut, hab ich jetzt hier... Warte... Wegen Final Fantasy könnte... Ich weiß nicht, ob noch ein Let's Play kommt, weil ich... Hab mir die Scheiße gebaut, ein Titzchen, das bin ich... Hallo? Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Kann ich mich verarschen? Achso, soll ich nicht. Kann ich verarschen. Dafür fang ich aber ein neues Spiel an, versprochen. Drei Level in einer Welt, ey. Das ist so ein Pussyspiel. Kann ich mal so gehen. Jetzt die echten Morgus, die kosten ja richtig Geld, ey. Komm! 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 Schaffste! Wer war das? Komm! 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 Mit dem Lied! Wir haben die Scheiße aufhört. Wo lang geht denn so ein Level zur Zeit, Jungen? Ich bin nicht so leicht, du musst einfach auf die verfickte Viecher drauf springen. Na, fuck, ey. Das nächste Mal speichere ich mich. Also, wollt ihr mich verorschen? Von wem hab ich noch? Hier. Das ist schön. Guck mal, was passiert euch das noch? Ne, ich sag's aber. Nein, das kommt mir nur von einer Version von diesem Fakten-Motherfucker-Spiel. Du, 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 du đo... du, 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 du... huh... lalalala lalalala jump! Jump! Oh fuck, Alter. Ob ich es? Na, wir können es ja probieren. Jetzt bin ich wieder so ein kurzes Let's Play. Ja. Jetzt bin ich doch wieder da. Ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich jetzt wieder los. Uh. Alter. Ha. Fuck. Mich auch. Mensch ey. Mann, ich speichere jetzt ein Spiel. Ich hoffe jetzt nicht, dass es falsch ist. Ja, jetzt habe ich gesaved. Das denke ich. Ich würde safe staten in dem Spiel. Das ist halt sinnlos. Das muss ich selber machen, ne? Ja, komm mit mir. Load. Ja. 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 Oh yeah. Ja. 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 Ich würde das scheiße spielen. Was ist das für Ding? Was? W-What the fuck? Das ist kein World of Warcraft. Das ist kein World of Warcraft. immer ganz kurz oder ok genug weiß nicht rennen 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 nimm mal mit nn ich hätte spüchern sollen fuck aber jetzt sterben ich drücke shift und f1 warte warte ach komm machen wir hier manuell tja tja das backen willst du das spiel fühlt mir leid für das spiel kannst du nicht am Arsch kannst du mich überdacht haha ach das ist echt das ist echt scheißschwer das ist scheiße ich würd gern mal wissen wir haben jetzt andere wach wach oh hier riecht es gut wach lalalalalal ich hab noch genug Zeit das spiel wird heute durchgezockt warum kommen wir jetzt mega ob ich das speichere schnell ach komm jung speichern wir einfach mal ha gesaved 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 was soll denn die nette was soll denn die nette ich speichere glaube mal wäre ich dazugekommen nein ich werde nicht game over gehen sorry aber ich speichere jetzt einfach mal jahre wie das alles dann kommt ach komm ich spiel mal oh fuck aha ha hab ich das jetzt gemacht das ist ja loll ähm ok jetzt jetzt die zeit hab ich Nåh, leider ruhig, leider sind nicht klein. Ah, ich werde lieber fahren. Ich werde noch nicht mehr. Pester. Motherfucker. Fucker. Ah. Ich glaube, ich darf auch noch mal probieren. Richtig, wenn ich... Wenn ich das viel überlebe, darf ich probieren. Was war... Ach, komm, hier, Alter. Schreie, Alter. Warum sind das so ne scheiß Fische? Ich werde nicht einmal ausbrechen. Na, aber dann! Nimm's wie Torpedos die Scheiße. Es gibt ja nicht so wie ein Sonic, so ne Scheiße. Ich speichere jetzt erst mal. Was ist denn das? Wooh! Fuck! Ich fühl mir jetzt einfach mal unten durch. Oh shit! Es kann sein, dass es etwas länger wird.